Hinter den blauen Bergen stößt man auf eine felsige Steinwüste. Dahinter liegt die heiße, glühende Sandwüste. Ganz am Ende trifft man dann auf eine Stadt mit einem wunderschönen Schloss. Hier wohnte einsam und allein Prinzessin Philippa. Des Nachts beobachtete sie gerne die Sterne. Und so geschah es, dass sie einen Stern entdeckte, der von Nacht zu Nacht größer und größer wurde. Viel größer als je ein Stern zuvor. Ihr wurde sehr schnell klar, dass er die Geburt eines sehr großen Königs ankündigte. Eines sehr, sehr bedeutsamen Königs. Ja, eines so großen Königs, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Diesen König wollte sie begrüßen und bei seinem Geburtstagsfest dabei sein. Den ganzen Tag überlegte sie, welches Geschenk sie dem neugeborenen König mitbringen könnte. Hast du eine Idee? Nach langem Überlegen hatte Philippa eine gute Idee. Ihr kuscheliger, lieber kleiner Freund, der Teddybär, der nachts immer neben ihr im Bett lag und dem sie alles erzählen konnte, den wollte sie dem kleinen, großen König schenken. Was ein Geschenk. Und so machten sich die beiden auf den Weg, Prinzessin Philippa und der kleine Teddy, durch die Sandwüste, über die schroffen Hügel der Steinwüste und schließlich über die hohen blauen Berge. Dann kam die kleine Prinzessin in einen dunklen Wald mit hohen, grünen Tannen. So viele Bäume waren es, dass sie gar keinen Weg mehr erkennen konnte. Wohin sollen wir denn jetzt gehen, kleiner Teddy? Ratlos setzte sie sich mit ihrem Teddy unter einen Baum und wartete auf die Nacht und die Sterne. Da leuchtet der neue Stern auf einmal so nah und so groß vor ihr auf, dass sie aufsprang und direkt auf ihn zulief, bis zu einem hell erleuchteten Stall. Als sie eintrat, sah sie Maria und Josef und vor ihnen in einer Krippe den neugeborenen König Jesus. Der strahlte ihr entgegen. Ganz vorsichtig kam sie näher und kniete sich in großer Freude vor das Kind. Sie legte das Bärchen zu Jesus in die Krippe. Da umhüllte sie ein Strahlen. Eine große Wärme, die Weihnachtsfreude, begann ihr Herz auszufüllen. Weggewischt waren Müdigkeit, Einsamkeit und Angst. Als sie sich satt gesehen hatte, machte sie sich mit leichten Schritten und einem neuen Freund in ihrem Herzen auf den Heimweg. Sieh nur, etwas ist anders geworden mit Prinzessin Philippa. Die Weihnachtsfreude hat ihr Flügel verliehen, beinahe wie ein Engel. Das spürten auch die Menschen und Tiere, denen sie auf dem Heimweg begegnete. Überall hinterließ sie ein helles Licht, ohne dass es in ihr weniger wurde, denn sie war zu einer Himmelsbotin geworden. Kannst du dir vorstellen, wem sie alles begegnet ist, auf dem Weg durch den Wald, über die blauen Berge, durch die Steinwüste und über den heißen Sand bis hin zu ihrem Schloss und was sie überall erlebt hat? Ich kann mir vorstellen, dass sie vielen Tieren und Menschen begegnet ist, die nach ihrer frohen Botschaft begannen, das Jesuskind zu feiern. So wie du zusammen mit deiner Familie in den nächsten Tagen Weihnachten feierst. So wie du zusammen mit deiner Familie